1989 beginnt das sowjetische Imperium einzustürzen. Ein historischer Sieg. Angeblich hat ein geheimes Komitee des US-Präsidenten Ronald Reagan entscheidend dazu beigetragen. Wir änderten die Taktik. Nicht mehr Verteidigung, sondern Angriff. Und das hat den Lauf der Geschichte bestimmt. Damit konnten wir sie in die Knie zwingen. Gab es das Komitee wirklich? Welche Methoden haben Reagans Krieger eingesetzt? Für die Sowjets wurden wir durch die Täuschungsmanöver zum Riesen. Man muss es sie am eigenen Leib spüren lassen. Zum ersten Mal berichten Zeitzeugen über die Ereignisse. Das schwedische Parlament wurde reingelegt, die schwedische Regierung wurde reingelegt, die schwedische Presse wurde reingelegt. In was für einer Welt leben wir eigentlich? Die sowjetische Jamal-Pipeline. Durch sie soll Erdgas im Wert von 30 Milliarden Dollar nach Westeuropa fließen. Vor allem nach Deutschland. Geld, das die marode Sowjetunion dringend braucht. Experten glauben, dass es die größte, nicht-nukleare Explosion war, die jemals gezündet wurde. Frühwarnsatelliten melden sie in die Befehlszentralen des US-Militärs. Dort sorgt sie für Alarmstimmung. Es gab eine riesige Explosion mitten in Sibirien. Der Chef des Militärgeheimdienstes sagte, das war wie eine drei Kilotonnen Atomexplosion. Ich war damals im Nationalen Sicherheitsrat. Als wir von der Explosion hörten, kam ein CIA-Mann in die Halle runter und sagte, keine Aufregung, das waren wir, die CIA. Eine geheime Operation der CIA. Die Öffentlichkeit erfährt nichts. Kein Einzelfall in den frühen 80er Jahren. Unter Ronald Reagan wird die Täuschung der Sowjetunion zur Methode erhoben. Als er 1981 Präsident wird, ahnen nur wenige, dass er kein zweitklassiger Schauspieler ist, sondern ein kampfbereiter Konservativer mit dem Willen zur Macht. Ich, Ronald Reagan, versuche, dass ich die Aufmerksamkeit der Präsidenten des US-Militärs verheben werde. Die Auffassung in den USA war, er ist ein dummer Schauspieler. In der Sowjetunion ein Leichtgewicht. Das war komplett falsch. Die Altvorderen der Demokraten trafen sich nach der Wahl und einer sagte wörtlich, Reagan sei bloß ein liebenswerter Hohlkopf. Das war er nicht. Man muss das begreifen. Reagan dachte nicht ein bisschen schneller, sondern zehnmal schneller als sie und ich. Als wir alle. Seine geistigen Fähigkeiten waren immens. Reagan hat keine fertige Strategie, aber ein Zustand. Er will die Sowjetunion besiegen, den Kalten Krieg nicht überleben, sondern gewinnen. Ein Konservativer, der in Wahrheit ein Revolutionär ist. Ein Mann mit einer Mission. Reagans Geniestreich war, die zentrale Bedeutung der Wirtschaftsleistung zu erkennen. Als wir darüber diskutierten, sagten Experten, die Sowjetunion gibt nicht 15 Prozent ihres Staatshaushaltes für Rüstung aus, sondern 50. Und wenn man es geschickt anstellt, kann man sie damit in die Knie zwingen. Das war das größte Geheimnis des Kalten Krieges. Die meisten glauben, das größte Geheimnis hätte mit Raketen, Panzern oder U-Booten zu tun. Aber das größte Geheimnis der Sowjets war, wir sollten nicht merken, dass sie kurz vor der Pleite standen. Reagan wird die Sowjetunion auf vielen Feldern angreifen. Für die geheimen Aktivitäten schafft er ein mächtiges Bindeglied zwischen Politik, Militär und Geheimdiensten, das nur dem Präsidenten untersteht und für schmutzige Operationen und psychologische Kriegsführung zuständig ist. Offiziell existiert diese Gruppe nicht. Inoffiziell wird sie das Komitee für Täuschungsoperationen genannt. Es wird von einer Geheimdienstlegende des Zweiten Weltkriegs geleitet. Bill Casey, ein meisterhafter Drahtzieher. Als Banker an der Wall Street, als Reagans Wahlkampfmanager und als CIA-Chef. Einer der engsten Vertrauten des Präsidenten. Casey musste an niemanden Bericht erstatten. Wenn er etwas vom Präsidenten wollte, ging er zu ihm rüber, machte die Tür hinter sich zu und sprach mit ihm. Reagan konnte sich auf Casey voll und ganz verlassen. Das Komitee wird Reagans Ziel, den Kalten Krieg zu gewinnen, in praktische Politik und geheime Operationen umsetzen. Es entwickelt eine Strategie, um die Sowjetunion in den Staatsbankrott zu treiben, ihre technologische Unterlegenheit in ein militärisches Desaster zu verwandeln. Und sie zu demütigen. Reagan und Casey wollen die wichtigste Einnahmequelle der maroden Sowjetunion angreifen. Den Verkauf von Erdgas und Erdöl. Reagan sucht Verbündete für diesen Plan und findet sie in Saudi-Arabien. Wir setzten bei der Wirtschaft an, sorgten dafür, dass die Sowjets weniger Öl und Gas nach Westeuropa liefern konnten. Das war ihre Haupteinnahmequelle. Also haben wir ihnen den Geldhahn zugedreht. Mit Unterstützung der Saudis konnten wir den Ölpreis senken. Das schädigte ihre Wirtschaft. Es war gut für uns, aber schlecht für sie. So werden die Saudis zu neuen strategischen Verbündeten der USA. Aber die Einnahmen sind nur die eine Hälfte von Reagans Doppelangriff. Als wir die Wahl gewonnen hatten, wurde ich gebeten, dafür zu sorgen, dass die richtigen Leute ins Pentagon kommen. Menschen mit der gleichen Weltanschauung wie Ronald Reagan. Er ließ sofort 15 Flugzeugträger auf Kiel legen. Und statt einer Marine mit 400 Schiffen, würden es unter ihnen 600 Schiffe werden. Reagan rüstet auf. Die Wirtschaftskraft der USA kann massive Waffenprogramme finanzieren. Die Sowjetunion muss mitrüsten. Und das bedeutet ihren langsamen Ruin. Wir setzten auf neue Methoden. Zum Beispiel sorgten wir für antikommunistische Aufstände. Wir beschlossen, Aufständische in Afghanistan zu unterstützen und es zum sowjetischen Vietnam zu machen. Und das taten wir. Das sowjetische Weltreich beginnt zu bröckeln. Selbst im europäischen Zentrum, in Polen. Ein weiterer Faktor ist die Mikroelektronik. Die Computertechnik beginnt, die Welt zu verändern. Damals hatte eine neue industrielle Revolution begonnen. Die Computerrevolution Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Die Produktivität im Westen wuchs schneller als im Ostblock. Weil wir Computer und Software hatten und die nicht, wurde unser wirtschaftlicher Vorsprung immer grösser. Die Sowjets waren nicht blöd. Sie haben das verstanden. Aber sie konnten nichts dagegen tun. In der sowjetischen Planwirtschaft gibt es kein Silicon Valley mit neuen Unternehmen, die wie Pilze aus dem Boden schießen. Der spektakulärste Fall war die strategische Verteidigungsinitiative SDI. Die kann man sich als hochentwickeltes Informationssystem mit ein paar Waffen drumherum vorstellen. Ein Raketenabwehrsystem im All, das die USA unverwundbar gegen einen Angriff mit Atomraketen machen könnte. Und unbesiegbar. Die Sowjets, ihre Wissenschaftler und Forschungsinstitute analysierten es und sagten, das funktioniert nicht. Das kann nicht klappen. Man braucht ultragenaue Laserzielgeräte im Weltraum und was nicht alles. Aber sie fragten sich, was zum Teufel haben die Amis da eigentlich vor? Offenbar wollen sie einen Großangriff starten an einer Technologiefront, an der wir nicht mithalten können. Die alten Männer im Kreml erkennen die Bedrohung. Sie müssen aufholen, in der Rüstungstechnologie. Einige Hardliner beginnen sich zu fragen, ob Reagan einen atomaren Erstschlag vorbereitet. Auf dem Wirtschaftsgipfel in Kanada 1981 will Reagan Verbündete für seine Strategie gewinnen. Er bekommt Unterstützung von Frankreichs sozialistischem Präsidenten. Mit der Reims Hilfe wird den Gang der Geschichte beeinflussen. François Mitterrand trug entscheidend zum Sieg im Kalten Krieg bei. Er sagte, Reagan, der französische Geheimdienst habe den KGB-Oberst rekrutiert, der für den Technologiediebstahl im Westen zuständig war. Es ist der KGB-Oberst Wladimir Vetrov. Deckname Farewell. Farewell leitete den Technologiediebstahl im Westen. Er packte aus. Er hatte tausend Agenten überall in den USA und Europa stationiert. Die Technologie besorgten, legal, wenn es möglich war, oder illegal, wenn nötig. Reagan ist begeistert. Er weiß, mit wem er diese Information in Washington besprechen wird. Persönlich. Diese Unterlagen bekam der Chef der CIA, Bill Casey, der so klug war, nicht loszurennen und diese Leute alle festzunehmen. Bill Casey, Meisterspion des Zweiten Weltkrieges und Chef des Komitees für Täuschungsoperationen. Noch vor Reagans Amtsantritt überzeugte Bill Casey den Präsidenten davon, dass es neben der Aufrüstung, die ja bereits beschlossene Sache war, noch ein zweites Projekt geben sollte. Etwas, das einige Leute das Täuschungskomitee nannten. Die NATO-Aufrüstung würde uns zu drei Meter großen Kriegern machen. Aber durch Täuschung könnten wir den Sowjets sechs Meter Größe vorgaukeln. Ähnliche Komitees gab es unter anderen Namen spätestens seit den 50er Jahren, seit Präsident Eisenhower. Aber unter Reagan wird das Täuschungskomitee zum zentralen Instrument der Regierung. Jetzt plant es, wie der KGB-Verräter Farewell am effektivsten genutzt werden kann. Von Oberst Vettroff erfuhren wir, was die Sowjets suchten. Also halfen wir ihnen beim Einkaufen. Aber wir lieferten immer ein kleines Extra dazu. Die Computerships würden ein paar Millionen Rechenoperationen prima erledigen, aber dann plötzlich rumspinnen. Die Software wäre anfangs okay, aber nach einer Weile würden Trojaner aktiv. Die Luft- und Raumfahrtpläne wären super, nur dass die Tragflächen sozusagen falsch rum waren. Gefälschte Chips verursachen auch die Pipeline-Explosion in Sibirien. Aber sie ist nur ein Nebeneffekt. Casey war so klug, das Spiel zu Ende zu denken. Also früher oder später würden sie das alles rausbekommen. Aber dann treffe sie die Erkenntnis wie ein Schlag, dass wir Müll in ihr System gepumpt hatten. Überall. Aber sie wussten nicht genau, wo. Diese lähmende Verunsicherung des Gegners ist das Ziel des Täuschungskomitees. Es besteht aus dem CIA-Chef, dem nationalen Sicherheitsberater und Stellvertretern der wichtigsten Minister. Diese Leute trafen die Entscheidungen, damit der Präsident, der Außenminister und der Verteidigungsminister nichts damit zu tun hatten, nicht in die Aktion verwickelt waren. Die wussten schon Bescheid, aber so konnten sie glaubwürdig abstreiten, etwas zu wissen. Ausgeklügelte Sabotage, ein Mittel des Täuschungskomitees. Ein anderes, Demütigung. Die US Navy steht unter Admiral James A. Lyons bereit, um Reagans Pläne zu verwirklichen. Reagan begrüßte unsere Marine-Strategie. Sie passte perfekt zu seiner Überzeugung, dass wir in die Offensive gehen mussten, um den Kalten Krieg zu gewinnen. Mit den bisherigen Methoden war das nicht möglich. Wie kann man die Seemacht der USA nutzen, statt sie nur vorzuführen? Genau wie Admiral Lyons will das Täuschungskomitee in die Offensive gehen. Es ist bereit, dafür Risiken einzugehen. Die US Navy hält sich für überlegen genug, um vor der Küste der Sowjetunion aufzutauchen, dem russischen Bären auf den Pelz zu rücken, ihn zu reizen und zu demütigen. Reagan genehmigte meinen Vorschlag, dass wir erstmals mit einem großen NATO-Manöver nördlich der Grönland-Island-Grossbritannien-Linie beginnen sollten. Sofort. Und danach jedes Jahr wieder, um den Sowjets zu beweisen, dass wir in der Barenzsee operieren konnten. Die US Navy wird vor dem wichtigsten nördlichen Hafen der Sowjets in Stellung gehen, Murmansk, mit einem Flugzeugträger und seiner Begleitflotte. Die Kola-Halbinsel war damals das wertvollste Grundstück der Welt, aus geopolitischer Sicht. Weil die Sowjetunion da ihre gesamte strategische U-Boot-Flotte mit Atomraketen versammelt hatte, die sie zu Recht als Grundlage ihrer Nuklearmacht empfand. Die US Navy wird den Sowjets das Gegenteil beweisen. Die technische Überlegenheit ist so groß, dass sie mit den Sowjets Katz und Maus spielen kann, wann immer die Navy will. Wissen Sie, Sie können Manöver als Simulation laufen lassen. Und man macht das heutzutage, Krieg im Computer durchspielen. Aber in Wirklichkeit bringt das gar nichts. Man muss es sie am eigenen Leib spüren lassen. Ace Lyons setzt auf rabiate Maßnahmen. Seine US Navy Seals kapern erfolgreich US-Schiffe, sogar ein U-Boot mit Atomraketen, um so die Kampfbereitschaft der amerikanischen Soldaten zu erhöhen. Er lässt seine Elite-Truppe, die Red Cell genannt wird, eigene Militärbasen überfallen, Brände legen, US-Soldaten als Geiseln nehmen und sogar mit Waterboarding foltern. Schock und Entsetzen will Lyons auch für die Sowjets. Die US Navy wird den Russen eine Lektion erteilen, ihnen beweisen, wie unterlegen sie sind. Wir haben eine ganze Menge Tarnung und Täuschung benutzt. Eine Methode war, wir sendeten von einem Zerstörer alle Signale, die normalerweise zu einem Flugzeugträger gehören. Also den Sprechfunk des Flugbetriebs, die ganze Geräuschpalette, die ein Träger erzeugt, sendeten wir künstlich ins Meer, damit die sowjetischen U-Boote das aufzeichnen konnten. Lyons lässt diesen Zerstörer abrücken. Die Sowjets glauben, der Flugzeugträger sei abgedreht. Aber dann ist der Himmel plötzlich voller US-Jets. Wir erwischten zwei Tu-95 Bear-Tankflugzeuge direkt vor Murmansk. Unsere F-14-Piloten flogen direkt neben ihnen und haben sie total geschockt. Sie kamen aus dem Nichts. So etwas hatte es vorher noch nie gegeben. Die Jets der US-Navy verhindern die Betankungsmanöver der sowjetischen Überwachungsflugzeuge. Das gesamte Geschwader des Flugzeugträgers Eisenhower übt in der Barendsee den Erstschlag auf die Sowjetunion. Wir bewiesen, indem wir einen Einsatz nach dem anderen flogen, direkt bis an die Landesgrenze, dass wir ihre Verteidigung aushebeln konnten, dass wir ihre U-Boot-Flotte zerstören konnten, ihre Befehlszentralen, den Nachschub zur Kohleheilpinsel, dass wir sie komplett außer Gefecht setzen konnten. Auch die US Air Force wird vom Täuschungskomitee genutzt, um die Sowjets zu verunsichern. Es glaubt, noch höher pokern zu können. Sie flogen jede Woche Einsätze mit Bombern, bis an die Sowjetunion heran. Und die Russen wussten nicht, was das sollte. Die sowjetische Führung muss erfahren, dass ihre äußerlich beeindruckende Militärmaschinerie in Wahrheit unfähig ist, das Imperium zu verteidigen. Wir wussten aus deren eigenen Gefechtsauswertungen, dass sie gerade mal eine Woche standhalten konnten. Dass sie ihre gesamte Nordflotte verlieren würden innerhalb nur einer Woche. Diese Erkenntnis gelangte dann zum sowjetischen Generalstab und zur sowjetischen Führung, aber auch in die entsprechenden NATO-Gremien. Die Öffentlichkeit in den NATO-Staaten erfährt nichts von der Schwäche der Sowjets und auch nicht von der wachsenden Panik in Militär- und Politbüro, dass es sich bei den amerikanischen Angriffsübungen um Vorbereitungen für einen Ersschlag Reagans handeln könnte. Sie hielten einen Angriff der Vereinigten Staaten für wahrscheinlich und bereiteten sich auf einen Gegenangriff mit Kernwaffen vor. Wenn man heute die Dokumente von den Leuten liest, die damals beteiligt waren, dann erkennt man, dass sie die schlimmsten Befürchtungen hatten, dass dies die gefährlichste Zeit seit der Kuba-Krise 1962 war. Wir hatten keine Bedenken, dass ein Fehler einen unbeabsichtigten Krieg auslösen würde. Die Leute, die davor am meisten Angst hatten, waren die gleichen, die 20 Jahre lang verhindert hatten, dass die NATO-Marine erfolgreich vor der sowjetischen Küste operierte, weil die Sowjets das als Provokationen auffassen könnten. Eine Fehleinschätzung. 1983, während des NATO-Manövers Able Archer, warteten sowjetische Atombomber mit laufenden Triebwerken nur noch auf den Startbefehl. Panische Warnungen von Spionen verhinderten in letzter Minute den nuklearen Weltuntergang. Das Täuschungskomitee war zu weit gegangen. Das war kein brillantes Geheimdienstschach. Das war ein Wabong-Spiel mit dem Dritten Weltkrieg. Trotzdem, das Komitee wird die Inszenierung von Realität weiter nutzen, um Schock und Entsetzen als Reaktion hervorzurufen. Nicht nur bei den Sowjets, auch bei befreundeten Nationen. Das nächste Ziel ist ein angeblich neutraler Staat im Norden Europas. Schweden. Nur die Ostsee trennt es von der Sowjetunion. Tatsächlich war Schweden extrem wichtig im Falle eines zukünftigen Weltkrieges. Schweden liegt nördlich von Deutschland und ist eine Art unsinkbarer Flugzeugträger für die USA. Seit 1960 war Schweden in die Militärplanung der NATO integriert. In den 60er Jahren war die schwedische Luftwaffe die viertstärkste der Welt. Das US-Militär baut auf die heimliche Treue der Schweden zur NATO. Wir waren kein neutrales Land. Wir waren ein blockfreier Staat. Und so hatten wir zwei Optionen, mindestens im Kriegsfall neutral zu bleiben oder eben nicht. Schweden bereitete sich seit 1960 darauf vor, US-Flugzeuge aufzunehmen. Es gab eine direkte Telefonleitung zum Hauptquartier der US Air Force in Wiesbaden. Stunden nach dem Ausbruch eines Krieges wäre Deutschland als Hauptkampfzone nur noch strahlender Schutt gewesen. Wir wissen, dass die Bombs in Wiesbaden wurden auf die Luftwaffe geöffnet wurde in Hamburg, Frankfurt, Wiesbaden, Wiesbaden und Wiesbaden. Wir wissen, dass unsere Daten auswählen sind, aber wir wissen, dass es zwei Basen auswählen gibt in Nord-Afrika. Die Flugzeuge mussten irgendwo hin. Sie konnten nach England ausweichen, aber eben auch nach Schweden. Und von Schweden aus konnten sie viel mehr ausrichten als von England. Wir bereiteten Flughäfen vor, auf denen US-Jets auf dem Weg nach Osten landen konnten. Schweden war für die USA als Flugzeugträger unverzichtbar. Und mit Schweden wäre die Sowjetunion außerdem in einen Zweifrontenkrieg gezwungen worden. In Schweden gibt es eine erzkonservative Elite in Militär, Wirtschaft und Aristokratie, die ganz auf US-Linie ist. Und dem sozialdemokratischen Schweden zutiefst misstraut. Das sozialdemokratische Schweden hatte die vielleicht mächtigste sozialdemokratische Partei der Welt. Der charismatische Anführer Olaf Palme. Ein Mann mit einzigartigem internationalen Renommee. Ein Mann mit Feinden. Es gab eine sozialdemokratische Regierung, aber es gab auch Machteliten, die ganz andere Ansichten hatten. Sie waren eng mit den USA und Großbritannien verzahnt. Es gab eine Spaltung, ein geteiltes Schweden. Ich nahm einmal an einem Abendessen mit dem ehemaligen US-Verteidigungsminister und CIA-Chef James Schlesinger teil. Ich fragte ihn nach seiner Meinung zu Schweden während seiner Amtszeit. Und er fragte mich, welches Schweden? Das politische oder das militärische Schweden? Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre erschüttert der Vietnamkrieg die westlichen Staaten, spaltet sie zutiefst. Eine empörte Jugendbewegung demonstriert, weltweit. In Schweden führt Olaf Palme US-kritische Demonstrationen an, gemeinsam mit dem nordvietnamesischen Botschafter. Bereits in den frühen 70er Jahren nannte Präsident Nixon Olaf Palme dieses schwedische Arschloch. Palme macht sich mit seiner Politik der Blockfreiheit und seinem Eintreten für die Unabhängigkeit junger Staaten mächtige Feinde. Palme hatte ernsthafte Probleme zu erklären, was er da eigentlich tat. Sie haben ihm nie geglaubt. Ich will Unabhängigkeit für Angola. Warum? Warum kämpft er ausgerechnet dafür? Palme unterstützt Befreiungsbewegungen in aller Welt. Er will einen dritten Weg zwischen den Systemen anbieten. Schweden finanziert quasi im Alleingang Nelson Mandelas ANC, der damals als kommunistische Terrororganisation geschmäht wird. War Palme ein Problem für die Reagan-Regierung? Oh ja. Er neigte dazu, radikale Bewegungen zu unterstützen, die, selbst wenn sie nicht kommunistisch waren, dazu tendierten, ihre Politik mit der Sowjetunion abzustimmen. Ja, er war eine schwierige Gestalt. Ein Fall für das Komitee. 1981 ist Palme noch Oppositionsführer. Aber in einem Jahr wird gewählt und seine Umfragewerte sind exzellent. Palmes Pläne und Reagans Ideen sind wie Feuer und Wasser. Aber das Komitee kann die Vorarbeit der CIA nutzen. Der US-Geheimdienst intrigiert bereits seit den 70er Jahren bei schwedischen Kollegen gegen Palme. Palme wurde verdächtigt, ein Agent zu sein. Wie nennt man das? Einflussagent. Jemand unter dem Einfluss des KGB? Ja. Das haben Ihnen CIA und MI6 gesagt? Ja. Können Sie mir ein paar Namen sagen? Wer hat Ihnen das erzählt? James Jesus Engleton. Der Gegenspionagechef der CIA. Reagan und Casey wissen, in den schwedischen Sicherheitsorganen halten viele Palme für einen Verräter. Und wichtige schwedische Admiräle sind auf ihrer Seite. Klar gab es Anstrengungen, um sicherzustellen, dass das schwedische Militär auf der Höhe der NATO-Strategie und ihrer Ideen war. Und dass Schweden die Technologie besaß, seine Neutralität zu verteidigen. Am Morgen des 28. Oktober 1981 erhält der Stabschef des schwedischen Marina-Hauptquartiers Süd in Karlskrona eine überraschende Nachricht. Fischer haben ein gestrandetes U-Boot gesichtet. Commander Karl Andersson bricht sofort auf. Als ich ein Stückchen in den Gosefjärden hineingefahren war, habe ich die Geschwindigkeit gedrosselt. Und ich sah es plötzlich 100 Meter vor mir. Ein grün-schwarzes U-Boot. Das war eine Whisky-Klasse, das war völlig klar. Ein russisches U-Boot. Das Kommando hatte der Stabschef der U-Boot-Brigade in Baltisk, Josef Avrukiewicz. Er hatte das Boot in den extrem engen Fjord navigiert. Der Kapitän Piotr Gushchin musste Avrukiewiczs Befehlen folgen. Ich konnte mir absolut nicht vorstellen, dass er der Anführer war und dass diese Expedition absichtlich stattfand. Ich habe auch nicht wirklich darüber nachgedacht, weil es so bescheuert war, mit einem U-Boot in den Gosefjärden hineinzufahren. Man musste ja auf Grund laufen. Das Boot war lange umhergeirrt, bis Avrukiewicz um einen Leuchtturm herumnavigiert und es in dichtem Nebel in die 100 Meter breite Fahrrinne des Gosefjärden steuert. Man hätte dafür doch ein schwedisches Fischerboot mieten können, mit einer schwedischen Flagge drauf. Aber ein U-Boot zu nehmen, das war das Dümmste, was man tun konnte. Die Weltöffentlichkeit erfährt, das U-Boot habe spionieren sollen. In einem Fjord, in dem es nicht tauchen konnte, weil es nur 50 Zentimeter Wasser unter dem Kiel hatte? Andersson bemerkt, dass die entscheidende Person an Bord der rätselhafte Stabschef Avrukiewicz ist. Aber dann erhält er den Befehl, ihn nicht zu verhören. Ja, ja, das war so angeordnet. Ich habe die Anweisung bekommen, dass nur folgende Personen verhört werden sollen. Guszczyn, der diensthabende Offizier der betreffenden Nacht, der Ausguck und der Steuermann. Das waren die Personen. Kein anderer durfte verhört werden. Die schwedische Marine schickt Taucher unter Wasser. Ihre Aufnahmen werden hier zum ersten Mal öffentlich gezeigt. Sie machen eine verblüffende Entdeckung. Hinter den Schiffsschrauben hat sich ein großer Sandwall gebildet. Vor der Schiffsschraube war kein Sandwall. Das bedeutet, jemand wollte das U-Boot noch höher auf den Felsen bringen. Es sollte da festsitzen. Und dann wurde es noch um 50 Grad gedreht, damit das komplette U-Boot auf dem Felsen festsaß und nicht herunterrutschen konnte. Zusammengefasst. Das angebliche Spionage-U-Boot fährt in einen extrem engen Fjord ein, der kaum genug Wasser unter dem Kiel bietet, in dem es früher oder später auf Grund laufen muss. Als das geschieht, arbeitet es sich stundenlang mit aller Kraft höher auf die Felsen, bis es vollkommen festsitzt. Und der verantwortliche Offizier dieser absurden Operation darf ausdrücklich nicht weiter befragt werden. Whisky on the Rocks sorgt weltweit für Schlagzeilen. Schweden ist geschockt und entsetzt. Olof Palme gewinnt die Wahl 1982. Er will echte Neutralität für Schweden, Abrüstung und ein Ende der Militärblöcke. Was er wollte, war eine Demokratisierung des kommunistischen Machtbereichs. Aber er wollte es auf eine Art erreichen, wie es Willy Brandt und Egon Bahr machten. Die Ostpolitik auf schwedische Verhältnisse umgewandelt sozusagen. Aus Sicht des Täuschungskomitees ist Palmes Sieg ein Warnsignal. Andere wittern Morgenluft. Palme hat mir gesagt, ich sollte nochmal anfangen zu überlegen, was eigentlich Sicherheitspolitik im atomaren Zeitalter bedeutet. Das habe ich dann gemacht und war ganz erschrocken über die Ergebnisse. Das war nämlich gegen jedes herkömmliche Denken. Das Ergebnis hieß gemeinsame Sicherheit. Das heißt, im atomaren Zeitalter ist es nicht möglich, den Krieg zu gewinnen im klassischen Sinn. Man kann den Feind nicht zerstören. Man kann nicht gewinnen. So funktioniert Politik in Zeiten der Nuklearwaffen nicht mehr. Das bedeutet, man muss mit dem Gegner zusammenarbeiten. Auf Wandel durch Annäherung setzen. Die Ideen fallen bei der in West- und Ost stärker werdenden Friedensbewegung auf fruchtbaren Boden. Und sie alarmieren Reagan und Casey. Ich glaube, dieser Bericht war sehr schlecht für Palme. Er hatte keine Auswirkungen auf die schwedische Sicherheitspolitik. Überhaupt keine. Wahrscheinlich, weil es eine schlechte Idee war. Ich hielt es für eine sehr schlechte Idee. Und das haben die Leute schnell gemerkt. Mitte der 80er Jahre ist die Welt von der Nachrüstungsdebatte geprägt. Sowjetische SS-20 und US-Pershing-2-Atomraketen stehen sich in Europa abschussbereit gegenüber. Olof Palme sucht nach einem dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Ein Weg aus der gegenseitig zugesicherten Vernichtung, aus dem Ost-West-Konflikt, in Europa und weltweit. Es ist nicht nur die gemeinsame Sicherheit, sondern gemeinsame Sicherheit und Neutralität und Blockfreiheit, die die Stärke von Palmes Konzept für eine andere Welt ausmachten. Ein Aufweichen der Konfrontation. Reagan will genau das Gegenteil. Deswegen beginnt das Täuschungskomitee, Operationen der psychologischen Kriegsführung zu planen. Inszenierungen einer Realität, die Schweden wieder auf einen Kurs bringen sollen, der zu Reagans Strategie passt. Knapp zwei Wochen nach Palmes Amtsantritt werden U-Boot-Periskope vor der schwedischen Marinebasis Mosköl gesichtet. Nach Whisky on the Rocks können das, so kann man überall hören, nur sowjetische U-Boote sein. Sie zeigten ihre Periskope und U-Boot-Türme der Öffentlichkeit. Das sollte man als U-Boot-Kapitän eigentlich nicht tun. Warum will man gesehen werden? Um einen Effekt zu erzielen. Und man erzielte den gewünschten Effekt. Nur Stunden nach der Sichtung kündigt die schwedische Marine eine Pressekonferenz an. Mehr als 500 Journalisten aus aller Welt berichten, wie die schwedische Marine erfolglos sowjetische U-Boote jagt. Mit scharfen Waffen. Ein inszeniertes Medienereignis? In den folgenden Jahren wiederholt sich die Jagd auf U-Boote mehrere hundert Mal. Fremde U-Boote werden vor dem Königspalast, vor Sommerhäusern und Marinebasen gesichtet. Während Palme mit den Sowjets über Abrüstungspläne und Friedensvorschläge verhandelt, macht das sowjetische Militär offenbar, was es will. In Moskau herrscht Verwirrung. Niemand hat solche Einsätze angeordnet. Oder gibt es etwa eigenmächtige Kapitäne? Palme protestiert immer wieder beim sowjetischen Botschafter. Der übermittelt schließlich einen Vorschlag aus dem Kreml. Bitte, wenn ihr glaubt, dass das unsere U-Boote sind, bombardiert sie. Wir wissen, sie sind nicht von uns, deswegen haben wir keine Angst. Aber wenn ihr euch sicher seid, bombardiert sie. Der endlose, erfolglose Krieg gegen die Geister-U-Boote hat Folgen. Für Palme war es unmöglich, irgendetwas anderes zu tun, als die Russen vehement zu beschuldigen. Es wurde schwierig, die gemeinsame Sicherheitspolitik gegenüber den kommunistischen Staaten zu verwirklichen. Die Führung der schwedischen Marine versenkt kein einziges fremdes U-Boot, aber sie torpediert erfolgreich Palmes Sicherheitspolitik. Ohne die schwedischen Medien wäre diese Operation nicht gelungen. Die Medien waren die Anführer, wenn es darum ging, die Sache aufzublasen, entsprechend der Informationen, die sie von unserem Militär bekamen. Zwischen 1981 und 1983 wächst die Anzahl der Schweden, die sich von der UdSSR bedroht fühlten, von 27 auf 83 Prozent. Es gibt etwas, was mich sehr beunruhigt. Dass es sogar in einem so aufgeklärten, gebildeten europäischen, nordeuropäischen Land, in so einem Bollwerk der Demokratie, ziemlich einfach ist, wie sich herausgestellt hat, die Mehrheit der Bevölkerung hinters Licht zu führen, sie zu zombifizieren. Welche Rolle spielt die oberste Führung des schwedischen Militärs bei den Ereignissen? War sie der nützliche Idiot oder gar williger Helfer in einer amerikanischen Inszenierung? Die Befehle vom Verteidigungsminister und Ministerpräsidenten waren, tödliche Waffen einzusetzen. Minen. 600 Kilo Minen. Die würden die U-Boote sicher zerstören. Aber ein paar Admirale gaben immer wieder Befehl, das Feuer einzustellen. Die Stasi berichtet aus Schweden. Unter empörten Marineoffizieren kursierten Gerüchte, der Russenfreund Palme habe vier U-Boote, die ins Netz gegangen seien, entkommen lassen. Es gab drei Untersuchungskommissionen zur U-Boot-Affäre seit 1983. Die erste Untersuchung kam zu dem Schluss, das waren sowjetische U-Boote. Die zweite stellte fest, dass man das nicht beweisen konnte. Ein paar Jahre vergingen und dann gab es dieses Interview mit dem US-Verteidigungsminister Kaspar Weinberger, der eindeutig zugab, dass die USA darin verwickelt waren. Es gab kein direktes Eindringen, keinen Test der schwedischen Verteidigung ohne vorherige Absprache. Es gab Übungen, in schwedische Hoheitsgewässer einzudringen. Können U-Boote durchkommen und im Hafen von Stockholm auftauchen? Nicht ganz das, aber so ähnlich. Zu meiner Amtszeit hatten wir dafür die Oberon- und Porpoise-Klasse-U-Boote, unsere Diesel-U-Boote. Das heißt im Klartext, die oberste Führung der schwedischen Marine wusste, dass NATO-U-Boote in schwedischen Gewässern unterwegs waren. Warum sagten sie es dann nicht? Und welche Rolle spielten die Amerikaner und Briten? Man musste sich erneut damit beschäftigen. Es gab eine weitere Untersuchung und ich wurde ihr Generalsekretär. Mossberg entdeckte im Archiv der Marinebasis Moskü ein Dokument. Einige der höchsten Admirale waren durch Weinbergers Aussage alarmiert und wollten Vorbereitungen treffen. Es lief darauf hinaus, dass sie ihre Antworten untereinander absprechen wollten. Ich wollte eine Kopie des Dokumentes. Aber unser Militärexperte sagte uns, nicht nötig. Wir haben dieses Dokument auch in unserem Büro in Stockholm. Ich glaubte ihm. Aber dann stellte sich heraus, dass wir das Dokument nicht hatten und als wir zum Archiv zurückgingen, war genau dieses Dokument verschwunden. Und mit sowas mussten wir uns ständig herumschlagen. Die Kommission stößt auf Widerstand. Ihr wird der Zugang zu Archiven verweigert. Sie entdeckt, dass wichtige Beweise, Fotos und Dokumente vom Militär vernichtet wurden. Womit wir es zu tun hatten, war eine bestimmte Gruppe, die ihrer Regierung nicht die volle Wahrheit erzählte über ihr Wissen, was geschehen war und ihre Taten. Sie hatten Entscheidungen getroffen, mit weitreichenden Folgen für Schwedens Sicherheit und Außenpolitik. Entscheidungen, die außerhalb der demokratischen Struktur der schwedischen Regierung getroffen wurden. Da fragt man sich, wo man eigentlich ist. In einem Land, in dem das Militär mit einer fremden Macht gegen seinen eigenen Ministerpräsidenten konspiriert? Die höchsten Militärs. Sie behaupteten, das sind Osplak, russische U-Boote. Obwohl sie wussten, das ist nicht wahr. Man hätte sie anklagen müssen, vor Gericht, ihnen das schwerste Verbrechen vorwerfen müssen, das schwerste Verbrechen, gegen fundamentale nationale Interessen verstoßen zu haben. Aber um das zu tun, hätte alles wirklich wasserdicht sein müssen. Mittlerweile sind neue Indizien aus den trüben Gewässern aufgetaucht. Die Identität der geheimnisvollen U-Boote steht jetzt weitgehend fest. Gesichtet wurden Mini-U-Boote und deren sogenannte Mutterschiffe. Es gab drei U-Boot-Typen. Zum einen große U-Boote. Meist ein bestimmtes, das außerhalb der Scheren blieb, vor den Inseln. Die britische Port-Poise, ein diesel-elektrisches U-Boot, das zum Mutterschiff für zwei Mini-U-Boote umgebaut wurde. In der salzarmen Ostsee hat das U-Boot weniger Auftrieb als in der Nordsee, für die es eigentlich gebaut ist. Wenn es auch noch zwei Mini-U-Boote tragen muss, reicht der Auftrieb nicht mehr, um das Boot schwimmen zu lassen. Deswegen müssen seine Lufttanks vergrößert werden. Und genau das ist auf diesem Foto zu sehen. Ein Provisorium von weißen Luftleitungen und Winkeleisen. Schutz vor Kollision mit den Mini-U-Booten. Und dann gab es zwei U-Boot-Typen in den Scheren. Von denen gibt es sehr detaillierte Beschreibungen in streng geheimen Dokumenten. Das kleinere, zehn Meter lang, ist tropfenförmig. Es hat ein Fenster im Bug, eine Ausstiegsluke auf der Oberseite. Und all diese Angaben sind identisch mit einem italienischen U-Boot, das 3GST9 heißt. Zeichnungen von Augenzeugen, die den zweiten Typ zeigen. Ein Mini-U-Boot der Kosmos-Klasse. Charakteristisch ist der klappbare Schnorchelmast hinter dem Turm, mit einer Kugel zur Satellitenkommunikation. Als ich mit dem höchsten Repräsentanten der US-Marine sprach und ihn fragte, warum alle Angaben zu italienischen U-Booten passen, warum man die benutzt hat, sagte er, glaubwürdige Abstreitbarkeit. Wenn es ein italienisches U-Boot ist, hat man keine Schwuren, die in die USA führen. Dann kann man sagen, tja, diese italienischen Kapitäne, die sind ganz schöne Abenteurer. Man kann ihnen einfach nicht trauen. Botschafter Pankin wird der letzte Außenminister der Sowjetunion unter Gorbatschow. Er nutzt die Gelegenheit, um herauszubekommen, ob es wirklich sowjetische U-Boote in Schweden gab. Ich habe offiziell und inoffiziell beim Verteidigungsminister Schaposchnikow und dem Vorsitzenden des KGB Bakatin angefragt. Sie gebeten, ihre Archive zu durchsuchen und herauszufinden, ob es Dokumente gibt, die bestätigen, dass Grenzverletzungen durch uns stattgefunden hatten. Ich habe sie motiviert, indem ich ihnen klarmachte, dass sie nicht verstrickt sind, ernannt durch die neue demokratische Führung des Landes. Sie mussten nicht irgendwelche Leichen im Keller ihrer Vorgänger verstecken. Und sie haben mir beide innerhalb von ein oder zwei Wochen eine offizielle Antwort gegeben. Es gäbe keine Dokumente, keine Beweise in diese Richtung. Wenn es nicht die Sowjets waren, geben die Amerikaner heute zu, hinter den Ereignissen zu stecken? Sogar hinter der höchst merkwürdigen Strandung des sowjetischen U-Boots im Gosevjirn? War es eine amerikanische Operation? Ja, könnte sein. Wenn ich die Aktion betrachte, kann ich die Ähnlichkeiten zu anderen Täuschungsoperationen sehen. Das ist doch das Gleiche. Ja, könnte sein. Aber Sie dürfen nicht darüber reden? Einiges behält man immer noch für sich. Und haben die schwedischen Admirale mit der US Navy kollaboriert? Die bekamen eine Freifahrt, sozusagen. Die standen doch gewissermaßen neben dem Spielfeld und halfen uns in den Mantel. Verstörende Aussagen mit weitreichenden Konsequenzen für das schwedische Selbstverständnis. Schweden wurde hinters Licht geführt. Die schwedische Öffentlichkeit, das schwedische Parlament und die schwedische Regierung wurden hinters Licht geführt. Und die schwedischen Medien. In was für einer Welt leben wir eigentlich? In einer Welt, in der Olof Palme ermordet wird. Der Täter ist bis heute unbekannt. Kurz vor dem Mord erlebt der erste schwedische Diplomat, der nach Moskau reist. Die gemeinsame Sicherheitspolitik hat wieder eine Chance. Die Russen waren wirklich sehr daran interessiert, den Prozess der gemeinsamen Sicherheit wieder voranzubringen. 1986 plant Palme eine Reise nach Moskau. Die Themen, die gemeinsame Sicherheitspolitik und die U-Boote. Mit dem neuen Staatsoberhaupt Gorbatschow ist alles möglich. Vier Wochen vor der Reise, die einen Durchbruch für Palmes Politik hätte bedeuten können, wird er ermordet. Ich werde nicht übermorgen, dass es politisch zu sein. Das ist eine Runde. Ich glaube nicht, dass es ein Verständnis ist, um ein Leben zu verabschieden. Warum ist das politische Gründe? Weil dieser Mensch, das, was er gesagt hat, und das, was er sollte, das, was er zu verabschiedet hat, hat sehr viele Interessen. Die Gruppe, die nicht sehr, waren sehr interessiert, Ronald Reagan hat den Kalten Krieg gewonnen, die Sowjetunion besiegt. Mit seinen Methoden hat er triumphiert. Reagan legte den Grundstein für einen rasanten Ausbau der Special Forces und der US-Geheimdienste, die heute ein Budget von rund 80 Milliarden US-Dollar haben. Sein Täuschungskomitee war immens erfolgreich. Wie oft sind seine Operationen schon kopiert worden? Die Methode Reagan ist auch der russischen Führung bekannt geworden. Und spätestens damit hat sie einen hohen Preis, den wir alle zahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017